Taucht ein in die faszinierende Welt der Sunshine Divers. Wir sind Tauchgeschäft, Reisebüro und Tauchschule in einem und befinden uns an der St. Jakobsstrasse 10 im Zentrum von St. Gallen. Unser Sortiment enthält Tauch- und Schnorchelartikel aller führenden Marken wie Mares, Aqualung, Scuba Pro und vielen mehr. Bei uns genießt ihr eine professionelle Beratung, die auf über 14-Jähriger Erfahrung basiert. Vom Verkauf über die Pflege bis zur Reparatur von Tauchequipment stehen wir euch zur Seite. In unserem Reisebüro könnt ihr bekannte und unbekannte Tauch- sowie Schnorcheldestinationen auf der ganzen Welt buchen. Gleichgesinnte treffen, Freunde finden. Organisierte Gruppenreisen auf einem Tauchschiff im Roten Meer, den Malediven oder Kurztrips in heimische Gewässer machen jede Tauchreise unvergesslich. Alle daheim gebliebenen Taucher treffen sich wöchentlich zu einem Tauchgang in Bodensee. Wir sind ein Paddy 5 Star IDC Center und bieten jede Ausbildungsstufe bis zum Tauchlehrer an. Das ganze Jahr bieten wir weltweit anerkannte Paddy-Tauchkurse an. Ob Schnuppertauchen, Open-Water-Kurse, Spezialkurse wie Tauchen mit Nitrox, Flusstauchen in der Verzasker, Eistauchen im Engadin oder Bergseetauchen. Endlose Unterwasserwelten bestaunen und mit den Fischen schwimmen. Tauchen ist ein faszinierender Sport. Der Traum, im Meer zu tauchen, ist so alt wie die Menschheit. Wir bringen dich diesem Traum näher. Wie schon Jacques Cousteau einst sagte, die beste Weise Fische zu beobachten, besteht darin, selber ein Fisch zu sein.